Da kannst du nix sagen. Ne, kannst du nix sagen. Dann kann ich brechen sie jetzt. Okay. Letztes Review. Drumsticks. Das hier sind die Drumsticks des Sohnes vom Die. Ne. Die Drumsticks vom Sohn vom Mattes. Ne. Vom Pete. Nein, auch nicht. Leute, das sind auch keine Jedi-Schwerter. Das sind ganz billige Drumsticks vom Music Store. Ich wollte sie mal ausprobieren. Music Man. Da kommt der Gitarrist in mir raus. Music Man. Music Store. 5a 14th Anniversary. 14th Anniversary. Buon Anniversary. Sisi. Dies ist doch, ist sehr leicht. Ich glaube, ist Ahornholz. Fühlt sich nicht sehr gut an. Ist nicht ausgebalanciert. Ist auch nicht kraftvoll. Ist ein guter Stock für Edram. aber ich penetriere jetzt trotzdem mal damit mit dem richtigen Schlagzeug mal gucken, was wir hermachen mit dem richtigen Schlagzeug mit dem richtigen Schlagzeug mit dem richtigen Schlagzeug mit dem richtigen Schlagzeug